ARD Text im Auftrag von Funk Stimmt, macht Sinn, ich auch Glaub ich das Beste, was du machen kannst Also für den Start zumindest, ja Komm, da muss doch was liegen Eine Waffe? Ne Kiste Nee Ey, doch nicht da lang Ist da irgendwas? Natürlich nicht Geld Eilende Smoke Base to mid-the-air In the mid-air Ja Ich hör irgendwas hier Hier ist ein Schild Wann? Waffe Ja, du rufst dich da doch Das ist ja Nö Bist du? So weit weg? Irgend so ein Ding drinnen Proceed to safety The first wave of missiles are incoming Kommen wir jetzt mal einer Schachter Weil wir sind voll voneinander weg Weil so Ich hab auch immer noch keine Waffe Hier unten ist zwar eine Waffe drinnen Aber an die komm ich nicht ran Treffen sie Treffen sie Kann hier unten Oh fuck Da ist er noch Hab ihn Das war Ich bin trotzdem defensiv Ich kann grad überhaupt nicht Hallo Hallo Hier muss doch mal eine Waffe liegen Keiner Günther Du? Die Türen schon auf Oh oh Und er hat auch keine Waffe Oh Oh ich muss ja weg Bist du? Der ist hinter mir Der ist hinter mir Was? Was sieh ich bin alleine Ja Der verfolgt mich Ja ich gucke Der hat ein Messer glaube ich Dann wieso ist der viel schneller als ich Lauf Na ich hab noch nichts zu ich Ja 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 Hallo Was 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 Danke dir Hä Der hatte eine Pistole vor allem Achso die war nur leer Haha Glück gehabt Äh Wir stellen nochmal fixen eine Wache rein Unten ist noch die Kiste Die Könnten wir auch noch aufmachen nachher So unten? Ja Also du kannst mir auch aufmachen Na ja scheiße jetzt hab ich auch nicht Welten eigentlich was soll Da kommt sie gerade Ist die Waffe oder? Warte ich schweinen dass du da kamst ey Alter wie sieht das hier unten aus? Das ist bei mir alles verpackt Ja ja bei mir auch Sieht aus Warte ich aber schweinen dass er keine Munition mehr an seiner Waffe hatte Was schlag doch drauf Hier geht der eben nicht Achso Hä Wieso Du kannst auf die Kiste nicht draufschlagen Du musst da aufmachen mit einer Nachkampfwaffe oder mit einem Molli oder einer Granate oder Waffe Achso schieben Ja In der Unengel Richtig Ich bin nochmal weiter Ist hier noch was? Der hat dann War nicht so schnell weg alter Ja 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 ich frag ja Schau mal wo ist die Turne Die Turne ist perfekt Hat er mich angeguckt Hier ist von einem Raum drinnen Ach hier ist auch ne Waffenkiste Hast du ne Naka-Waffe? Oh ja Ich glaub ich auch Mit 20 Schuss Boah Alter Warte warte was ist das Alter was? Wie weit der Molli gespreadet ist Ja ich weiß Was keine Waffe Ich werd redeployed Ich werd redeployed Ich werd redeployed In 5 Sekunden Filde einfach mal Ja Hier ist aber noch ein anderer Ja So ich komm jetzt wieder runter Wo bist du? Du bist da Ich komm über dir runter Ja aber hier ist doch irgendwo ja noch Ja ja Oh aber Ja ich bin wieder tot Ok ich muss woanders spawnen Dann mal wieder vielleicht rein in das Ding Über dir Sehe wieder nix man Ja der ist über dir Geh einfach weg Beide sterben kann ich nicht Keine Ahnung ich geh mal hier hinten Ich bin wieder bei dir gleich Weil ich bin direkt in dem Loch gespawnt Ich bin coming Äh Da hinten Oh nein jetzt stefft einer neben mir Oh Was mach? Komm stell her Renn ich einfach rennen Ich glaub ich da irgendwie zu dir hochkomme Durch Kannst du mir ne Pistole geben erstmal? Wie denn? Wie soll ich das machen? Kann ich die dropen? Geh Geh Gustav Ich hab aber nur noch 7 Schuss In mein Magazin Naja gut aber so können wir wenigstens beide schießen Aha Können da vorgehen und Dann können wir wieder zurückziehen Gehen nochmal Ah hinter uns schnell lauf 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 Oh fuck Geht jetzt raus hier Erst mal ne Bombe legen Jaja da legt die Bombe Mal schön die Gegner verarschen Ich kill's dir jemanden damit Hier ist Muni Winten kommt ner drop runter können wir hingehen Ja stell zu gut Komm 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 abgang hier Die Bombe geht auch gleich hoch Leider kein getöteter mich Ne was Was war noch jetzt hast du deine Bombe Oh ja Ist der airdrop bei mir? Der Virus kommt Nice SG Oh Leg nochmal Kevlar wenn er noch neues braucht Naja ich hab Ich bin wieder rausgetappt Er ist wieder rausklucken Alter was ist denn mit der Auflösung grad nicht in Ordnung Komm spinne nass grad rum Hat er was vor uns irgendwo? Unten Wahrscheinlich Ah hier siehst du Da bin ich von auch Bin ich von eher erschossen Hier liegt noch ne Pistole Was liegt da hier? Lichte Tasche Geld Tasche Hier liegt ne Pistole Basti Ich darf ja mal deine runter ja Ja Liegt auf der Treppe Wo auf der Treppe? Ja mitten drauf Kann ich drüber gelaufen sein Hä? Ne? Ich schade Ich bin wieder raus Alter ich hab diese Auflösung Ich kick hier ne Meise Ich muss gleich mal die Resolution umstellen bei einem Spiel Oh das ist die Geisel Was kann man da machen? Was kann man da machen? Nene ne ne nicht nicht die können wir wegbringen Nimm sie nicht mit Nimm sie nicht mit Warum? Das bringt zwar extra Geld aber du bist danach genauso langsam wie bei der Geisel-Rettung Ja Das lohnt sich nicht Schön drauf schießen aber Habe auch gar nicht mehr so viele ne? Achte 6 Wir sind irgendwelche, pass auf Ich bestell mir mal ein Winnie rein und eine Heldspritzer Wie geht das nochmal? Äh mit B Achso Gibt das hier? Also Da kommt eine Sprobine auf Ich hab beschlossen Unten vom Strand Ah da unten Na dann chill Ich muss weg Alter what the fuck Ist das meine Munnie? Ach ne meine Ist das so was? Kommt da? Wieso kommt das so mit so einem großen Ding? Keine Ahnung Das ist der Airdrop Ja das ist der Airdrop Nimm den Oh Alter Autosniper Einer ist hier unter uns am Strand halt Ich kriege es Kann man nicht mehr wieder einsteigen Aber er tut jetzt Schuss Wo ist denn jetzt meine Munnie eigentlich? Keine Ahnung Wir hatten einen Scout auf jeden Fall da oben Hast du meine Munnie noch mitgenommen? Nein Nein Dann kam doch grad das Vieh an Da liegt doch eine Kiste Die hab ich auch geöffnet Da unten ist einer gestorben gerade Ich glaub unser Dude von da unten ist tot Ich geh jetzt mal zu der Kiste noch gehen die da liegt Ne die Zone kommt Zone kommt Oh fuck Hinter mir Oh 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 hier unten ist noch Munnie Aber ich glaub die Zone kommt da zu schnell Blau Blau? Ja Und der Typ ist jetzt zu uns irgendwo Ok Hinter wo bist du? Hinter Pipeline links Ich seh den anderen Der ist Richtung Ich seh wieder nichts Alter meine Resolution Ich kick ne Meise Richtung Osten ist einer Oben Ja in der Ecke hier auch noch Ja ich hab gesehen Ok einer tot Ok noch einer Pass auf hin Was waren die zwei Ja das Hinter uns irgendwo waren die Keine Pistole alter Aber wo ist denn jetzt Die geht in die Zone jetzt zusammen Ach bei uns Die müssen zu uns kommen Da Schön Eliminiert gegen einen Eine alleine Keiner im blassen Schimmer wo der ist Ne das rechts von uns Rechts von uns In der Pipeline Region Ah ja ja Munnie Zonen Man die Zone kommt jetzt zu uns Der muss jetzt eigentlich kommen Weißer Brand ist hinter wieder mit dem Stein Ja Ich guck rechts vorm Stein Ok mach ich links Links Easy aller GG ist aller Boom Schön können wir uns das eine hier nochmal angucken Bamm 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 Ich guck mein Munika dann Ich guck vielen Dank gerne für's Zuschauen Hau da rein bis zum nächsten Mal Tschüssi Tschüssi υ Bamm Hier hat schnell